Als ich heute von der Schule nach Hause kam und den Briefkasten öffnete, stieß ich auf etwas Wundervolles, eine Werbebroschüre der NPD. Ich entschied mich gleich sie zu öffnen und dann anschließend, nachdem mich Jens Bauer mit seinem wundervollen Gesicht anlächelte, sie mal für euch zu analysieren. Also, jetzt schauen wir uns das... Moment, die Pizza! Oh nein! Oh nein! Nein, ist natürlich alles gut gegangen. Wir haben das doch hier alles unter Kontrolle. Nun, was finden wir auf der Vorderseite? Hinter dem wundervollen Relief unserer schönen Stadt Dresden, keine westdeutschen Verhältnisse in unserer Stadt. Für ein lebens- und liebenswertes Dresden. Ähm, ja, okay, schauen wir mal weiter. Wenn der Versand nicht so toll wäre, würde ich mal da was hinschicken. Aber ich kann ja dann noch hier anrufen. Später. Und dann gibt's noch diesen wundervollen Text. So, jetzt geht's los. Die Entwicklung kam schleichend. Doch man hätte sie kommen sehen können. Wenn man es gewollt hätte. Aber etablierte Parteien und Medien haben jahrzehntelang vor der zunehmenden Überfremdung in den westdeutschen Großstädten die Augen verschlossen. Trotz zahlreicher Warnungen wurde die Öffentlichkeit getäuscht und belohnt, frei nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf, wurde tabuisiert und verharmlost, beschönigt und verschwiegen. Waren es anfangs nur Straßenzüge, in denen ausländische Geschäfte das Bild dominierten, sind es inzwischen bereits ganze Stadtviertel, in denen sich Parallelgesellschaften gebildet hatten. Die sich der deutschen Wert- und Rechtsordnung komplett entziehen. Der Leipziger Osten ist ein Beispiel dafür. Dass, mit SZ geschrieben, auch in Sachsen schon solche westdeutschen Verhältnisse eingekehrt sind. Ich verstehe nicht, warum die guten Leute dann bei dem Wort das kein SS vorziehen. Naja. Mittlerweile ist klar, Multikulti ist auf ganzer Lille gescheitert. Definitiv klar. Die sozialen und kulturellen, aber auch die finanziellen Auswirkungen von Massenzuwanderung und zunehmendem Asylmissbrauch sind dramatisch. Niemand hat etwas gegen Ausländer. Und Zuwanderung hat es in der deutschen Geschichte immer gegeben. Niemand hat etwas gegen Ausländer? Überfremdung? Parallelgesellschaften? Niemand hat etwas gegen Ausländer? Okay, machen wir einfach mal weiter. Aber inzwischen haben wir hier Ausmaße erreicht, die unser Land schlichtweg nicht mehr verkraftet. In Köln über 50% der 15-Jährigen haben einen Migrationshintergrund. Okay. Ist Köln. Was geht mich das an? Bei uns in Dresden mag der Ausländeranteil etwa 4% noch sehr gering sein. Und den Rest lasse ich jetzt mal. Warum zum Teufel wollen die jetzt irgendwas andeuten, dass wir zu viele Ausländer haben? Bei 4%? Junge. Weiter geht's mit der Rückseite. Entschuldigung. Nun geht es weiter mit der Rückseite. Genauso fing es in Westdeutschland in den 70ern auch an. Damals hat niemand das Rückgrat dem Einhalt zu gebieten. Wir jedoch können diese Entwicklung stoppen, bevor es zu spät ist. So, was fordert die NPD nun? Ein deutliches Bekenntnis der Stadt Dresden gegenüber Fremdung und Asylmissbrauch. Also, okay. Eine konsequente Durchsetzung der bestehenden Gesetze, insbesondere im Bereich des Meld- und Abschieberechts. Äh, Lul. Leidet schon meine Fähigkeit zu lesen. Aussagekräftige polizeiliche Statistiken, die Täter mit Migrationshintergrund gesondert aufführt. Auch dann, wenn sie einen deutschen Pass besitzen. Ähm, okay, das ist dann aber auch rechtswidrig, weil ja das Gleichberechtigung und so und dann, naja, das ist ja rechts und das geht ja nie, oder? Ähm, Dresdens Oberbürgermeisterin Helmer Orosch muss sich als Vizepräsidentin des Deutschen Städtetages bei der Bundesregierung für einen grundlegenden Wandel in der Ausländerpolitik einsetzen. Ein grundlegender Wandel. Hm, überall Pfannkuchen für die Asylanten. Ähm, naja, so schlecht ist das vielleicht gar nicht. Die NPD setzt sich im Stadtrat dafür ein, dass deutsche Interessen nicht unter den Tisch fallen. Und insbesondere der Armutsverwanderung aus Rumänien, Bulgarien und Brasilien, warum sie schon in der Westdeutschen Verhältnisse in unserer Stadt. Okay. Keine westdeutschen Verhältnisse. Wenn ihr mit in Westdeutschland gelebt sollt, dann bitte mal kommentieren, wie es da wirklich ist. Darum bei der Stadtratswahl am 25. Mai alle drei Stimmen für die NPD. Also, ja, kommentiert, wenn ihr es macht, disliket, wenn ihr es eben was macht. Und dann zu Jens Bauer muss ich nichts sagen. Ciao. Ach ja, und selbstverständlich ist in diesem Video nichts Ernstes gemeint. Ich bin weder rechts noch links und so weiter. Geht mir nicht auf den Sack. Ciao, euer Max Adlers. Tschüss.